Bad Rieburger Naturpark Quellen. Unser Wasser von hier. Hallo liebe SCP-Fans. Ich möchte mich im Namen der gesamten Mannschaft bei euch für die tolle Unterstützung in dieser fantastischen Hinrunde bedanken. Für die tolle und dieser tollen Hinrunde bedanken, sondern auch in der schwierigen Zeit standet ihr immer bei uns. Jo, da dreht gar nichts. Ich sag's euch nicht schon. Wie schaffst du das? Eine Mannschaft, die muss campen und auch bei anderen. Jeder muss sich für den anderen den Hintern aufreißen. Ah, scheiße. Eine Mannschaft, die muss ba... Ach, nee, nee. Nee, Arsch, darf ich nicht sagen. Die muss kämpfen und auch beißen. Ach, scheiße. Jeder muss sich für den anderen den Hintern aufreißen. Dann nimm es. Und mach ihm Mut. Nächstes Mal, da wird es gut. Ey, wer sich das ausgedacht hat, ne? Also. Hallo. Hallo, ich will... Wo bin ich? Wenn einer hat am Tor vorbeigeschossen, nimm es hin, ganz unverdrossen. Und mach ihm Mut. Ja? Weil sonst... Weil sonst... Weil sonst gibt's einen auf deinem Leben. Was soll das? Und mach ihm Mut. Nächstes Mal, da wird es gut. So. Dennis sagte schon, der Herr Becker ist Sepp. Er war kein Fuchs. Nein. Ein Fuchs. Der war ein Fuchs. Und ist kein Depp. Der war ein Fuchs. Bestimmt kein Depp. Möcht ihr am Ende Sieger sein. Na gut, das geh ich hin. Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr am Ende Sieger... Nein. Hast du es schon besser gemacht? Mach nochmal. Erzählst du runter, wo es reicht? Jut Kick. Drei, zwei, eins, bitte. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Kick im neuen Jahr. Mein Gott. Dann darfst du ablesen und einen guten Kick im neuen Jahr. Was? Ins neue Jahr? Nein. Im. 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 Mach ihm Mut. Nächstes Mal, da wird es gut. Denn es sagte schon, der Herberger Sepp, der war ein Fuss. Bestimmt kein Depp. Elf Freunde müsst ihr sein, wollt ihr am Ende Sieger sein. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und guten Kick im neuen Jahr. Bravo!